So, dann sind wir wieder zum Tucker-Zone-Spiel-Zombies-Age-My-Neighbors. Schau mal, wie ich mit Fraps-Taste die Sound-Channel 7 wieder aktiviert habe. Ja, das läuft gut. Oh, da sieht man gerade, wie jeder mit den Achsen rücken kann. Auf geht's! Wir haben ja nicht den Blip gefunden, da müssen wir mal nach links laufen. Gut, da endet die Hardcore-Reise auch schon. Doch, hier. Hier und... Haben wir sie alle umgebracht, die ganzen Typen? Aber es spawnen sie nicht so übel. Aber aus der Toybox, wie passend. Hier weiter nach links, welche Wagen natürlich auch schon so alt. Das ist ein Fenster, das Gericht, der da hängen bleibt, okay. Hier links muss es... Oh jeee. Oh nein, ich hab noch den letzten Schuss der Toybox raus. Man glaubt selber, ich hab keine Soda-Dinger mehr. Da ist wieder das Gold raus. Da kommt nicht mit. Der Mumie. Oh Mann. Ohhhh. Ja, Toybox, Gefahr. Kann ich mal hier... Den Spawn-Stop oder was? Punkt sehen. So gut ist das Level doch nicht. Wir haben doch alles abgesucht. Und ganz unten rechts, aber da waren wir doch eigentlich auch. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ist das so guter? Ach... Links war... Dazu hat Schlüssel... Also Türen vom... Und lass doch mal hier. Ach ne das war der andere Weg. Ja, ich verstehe. Wie kommen wir da runter? Oh, hier hätten wir springen können. Müssen wir springen? Hier kommen wir vielleicht einfach noch runter. Hier? Hast du noch was? Nee. Ich auch nicht. Doch, ich hab... Zehn! Zehn Stück hab ich noch, Hoffi! Verdult, Mann! Raff! Ich hab auch nix, ey. Au, mein Arsch, Alter! Mann, dieser Werwolf! Geht der schneller als ich? Ich hab da keine Chance, Mann! Sag doch was, sag doch was! Nein, ich war ja nicht auf dich gemeckert, aber wie kann das denn sein, dass der Werwolf schneller ist als man selber? Das ist ein Werwolf, Mann! Das ist Jacob! Oh! Kommen wir hier runter? Was? Ja, Jacob, okay. Jetzt sind sie wieder die... Oh! Komm! Irgendwann noch nicht. Oh! Nein! Fuckin' Sackgasse! Ich glaub wir müssen aufs Dach hier. Das Dach kommt mal kaputt schießen, meinst du? Wir müssen mal versuchen, weil an der Wege weiß ich auch nicht mehr hier. Doch, wir müssen hier links da. Hier geht auf! Geht auf, komm her! Geht uns! Hast du Milchschredder? Milchschredder? Nein! Ich auch nicht! Geil! Wir müssen durchsterben! Kommst du? Sterbe mit dir durch! Ich geb alles! Komm, komm hier hoch! Jawohl! Und Sterblichkeitsmodus! Wir müssen weiter runter! Gut! Schlimm! Hier! Reinschießen! Bam! Oh, Trotz! 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 Da! Wo geht's weiter hier denn?! Nein! Und dann kommt der neue Mumie! Ich hab schon kein Bock mehr! Das ist doch... Oh, hier unten kann man nachgehen! Wir haben jetzt schon... Ne! Jetzt sind von mir dagegen! Aber... Thanks! Oh, wir leben weiter! Aber wo wäre denn noch ein Weg gewesen? Was haben wir denn noch nicht gesehen? Und vor allem... Warum sehen wir nicht mal ein gelbes Punkt hier? Laden wir direkt hin! Ich lebe! Wir leben noch! Komm schon! Baby! Wo waren wir... Hier unten rechts vielleicht? Haben wir vielleicht irgendwo noch ein anderes Fenster offen? Was wäre dann hier durch? Ja! Ne, ne! Da kommen wir doch hier hin! Ja! Nach oben rum! Dann entwisch sie die Bitch noch! Die Bitch-Spinne! Gar nichts! Gar nichts! Was ist das für ein Dach da? Gar muss man noch mal raus! Ach so, okay! Hätten wir irgendwie, als wir eben gerade draußen waren, auf dem Dach laufen können? Und wir das verpeilen gerade! Und rechts? Schau mal, was hier los ist! Vielleicht hier kommen wir auch so hin, oder? Warte, wo wir eben gerade waren! Wir waren ja schon draußen, bei der Blume! Da ging's eben rechts, war's ja ganz schön! Ich glaube nicht! Ich glaube nicht, dass wir aufs Dach kommen! Dann muss ich mal schauen, ob wir hier vielleicht die Fenster noch feststellen! Ne! Sieht nicht so aus! Ne! Also... Muss das da unten sein! Hast du da vielleicht... Hast du noch nen Health-Kit? Ne! Ich hab gar nichts mehr! Schlüssel! Komm, du verkauf lieber die unter Wert! Ich bin der Schlüsselträger! Ja! Der Keeper! Wie hieß er bei der Großvater? Der Sieger! Der Schlüssel? Der Schlüssel? ZUHL, MOTHERFUCKER! ZUHL! Was? Du, weißt du? Ja, ja! Kennst du ja auch dieses MOTHERFUCKER? Das ist ein relativ berühmtes Ding in der Aufhidee... Oh, 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 oh! Na toll erwischt er mich noch! Aber was? Was ist da los? Wieso? Wieso? Verstecken sich auch irgendwann muss man da... Flapp, hier waren wir noch nicht, Hoffi! Was ist das? Okay... Komm, hier, holen wir aufs Dach! Holen wir aufs Dach! Alter Schwede! Ist das schon fast schon wieder das Wurm-Level! Ja, das ist halt wieder aufs knackige End-Level, ne? ZUHL! Ne, ich kenn's Cloud nicht! AAAAAAAH! Hast du, hast du? Ja, du hast noch... Bam! Okay, Leute, lasst uns nicht im Stich jetzt! So, zwei Leben! Oh, das sieht schon... Oh, ja! Da müssen wir wieder rein! Glückgerichtet! Wieso fahren wir das schon, wenn das schon auf mit Ruhe ist? Oh ja, das kommt auch nicht rein! Das ist das nächste Problem! Hab's hier noch irgendeine andere Solligkeit? Schauen wir mal! Nooo... Ne... Da finden endlich was an! Das ist das Dach, was uns nichts bringt! Schau mal, das Dach da unten! Das meinst du da unten! Ja, genau, da! Gehen wir mal gucken! Da haben wir schon Wege freigeschossen, das geht! Ne, rechts! Doch, ist das gut! Und dann hier rum! Ja, das könnte passen, hast recht, Hoffi! Schau mal hier! Das ist es! Wie du sagtest! So, und dann müsste es auch passen! Aber wir haben immer noch kein Pünktchen auf der Karte gesehen, ne? Das ist ja gut! Ach, hier ist Sense! Hier ist Sense, oder was?! Huuuute! Ich sag mal ganz vorher, also mein Bock hält dich langsam in Grenzen! Das ist doch mies, oder? Alter Schwedinsky! Was zum Henke ist hier los? Das überlebt mich nicht, aber... Warte! Nee! Du musst ja hier probieren! Vielleicht kommst du ja noch weiter! Irgendwas da hier! Ne! Gut! Auch nix! Da waren ja die Schornsteine, oder? Ja, da war nichts, oder? Da waren die Schornsteine! Und vor allem nicht in irgend so'n Blip! Vor Schornsteine kannst du auch nicht kaputtbumsen, ne? Guck mal! Was ist das hier für'n Fenster? Scheiße! Aber wir spawnen jetzt wieder neue Arketenwerfer, aber ich sag mal, wir laden neu, oder? Wir haben eh nichts entdeckt! Ne, ne, wir laden auf jeden Fall neu! Boom! Los geht's! Wo? Was ist der Plan, Hoffi? Ich bin... Sieg, okay. Was ist der Plan? Ich mach mal ganz ordentlicher Check nach dem Riss in der Wand. Müssen wir hier irgendwas schaffen? Müssen wir hier irgendwas machen? Dass das erst weitergeht? Ist das alles was Besonderes? MANN DU! Wieso helfe ich hier nicht? Das ist eine gute Frage. Scheiße! Chuckies, ey! Oh, und dann durften wir uns beide, weil sie so'ne Piercing Babbage hat, ey. Links, oder? Oh, da waren wir doch grad, oder? Nein, ich find' das Ding nicht, ey! Oh, ne! Warum denn? Was wollen wir uns durchquellen für die 15 Zuschauer, die wir kriegen? Naja, so 150 Videos hat so'ne Folge. Davon bin 100 mal ich. Hahahaha Wollen wir eigentlich nur... Warte mal, ich... Ne, warte mal, doch. Da ist aber... Da muss man gar nicht hochlaufen, das ist der Vordergrund. Ja. Das ist mal mehr, da... Das ist zu heftig, Leute! Da müssen wir anfangen, okay. Wir müssen Walkthrough lesen. Dann sterbe ich auch noch, obwohl ich ein Medikit hab. Oh, nee, hab ich doch noch nicht. Hab ich kein Medikit? Dann lass doch mal mit links, oder lass dich unten durchsprengen. Da haben wir die schon mal aufgemacht. Wollen wir noch mal auf das eine Dach? Ähm... Und da noch mal das eine Fenster, was wir da noch... ...heil hatten, nehmen? Nee, das ist das hier. Glaube ich. Naja? Und auf dem Steppen. Das kann wahr. Aber da kommen wir ja mal kurz mal drauf. So, aber die gehen nicht futsch. So viel lassen. Die gehen futsch, damit haben wir das Problem gelöst. Ich bin der Legator. Ich bin der... Wie heißt nochmal der Call-In-Typ, der auch Big Brother gemacht hat? Der was gemacht? Der Stefan... Ach, ähm... Milski. Stefan Milski. Stefan? Christian... Stefan Milski. Stefan? Christian Milski. Christian Milski. Jürgen? Jürgen! 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 Jürgen Milski, der deine Seele. Der bin ich. Hattest du noch mal herkämen, Alter? Äh... Da unten war... du hast zehn Schuss. Jaja, aber... ... ist genug. Jetzt soll die Fenster aufgehen. So, hier ist ja... Gehen wir noch mal durch das Dach? Und noch mal durch das Dach? Wir gehen jetzt mal die Version der Mund, jetzt mal jede Wand abgeben, weil wir haben jetzt die ganzen Fenster gar nicht mehr im Blick, oder? Ich weiß nicht, also eigentlich hab ich da immer schon... Bisschen drauf und guck. Willst du runter, oder? Oh... Hier war noch eine Kiste. Jetzt sind wir noch getragen. Kiste... Guck mal da hoch, oder? Die Augen kommen auch so hin. Oh nein, Spinne wieder. Diese kleine Fickerspinne. Wir können sich nicht entscheiden, wo wir hin sollen, ne? Hast du noch ein Fenster hinterher? Achso, eins wollen wir hier ändern kannst. Ja, wir können auf jeden Fall mal den Durchgang nehmen. Wir können einfach aufs Dach, sagst du? Ja. Guck mal anrufen! Und dann gucken wir mal bei meinem Fenster hoch. Das ist hier. Das macht mir ganz herd. Da bin ок' d Calladam! Da ist sie. Nö paths... Jetzt taucht der Arsch ja auch mal auf. Frih' denn noch mal nach. So, vorbei, Abre. Dann kann man ihn ganz gerne toten, eigentlich? Töten eigentlich, oder? Töten! Mach' jetzt! Aber wir müssen erst mal rutschießen. Ja! Ja! Du holt! Come on, my friend! So! Hast du ein Health Kit? Ja! Come on! Also hier war schon mal nicht richtig. Dann probieren wir das jetzt nochmal links rum. Ganz links rum, genau, okay. Jetzt kommen wir wieder zu rechts. Aber jetzt bin ich eigentlich nicht sterblich, das ist schon mal gut. Da, genau, hier durchs Fenster durch. Doppelschuss müssen wir machen. Hier, wunderschnell. Alles kann mehr? Doch. Gut. Ich muss noch ein halbes Jahr aufmachen, bis man die Waffenklinik drin haben will. Guck mal, hier ist noch ein Fenster, aber wir gehen das mal weiter. Ach, geht nicht weiter, okay. Und war das Fenster von wo ich es nicht getestet habe? Das ist hier oben. Ich verteste nochmal. Das ist doch, das ist gut! Das könnte sein! Hier war ich noch nicht! Nächste Komplex? Was ist das denn? Gut, super! Hier, nächste. Bam! Oh, da ist er! Oben links! Bösewicht! Den müssen wir erst killen, glaube ich. Oh! Spinne! Oh, was ist das denn für ein Viech? Wir müssen das besiegen, Hoppy. Das wird nichts. Wo hab ich dann so viel Miedresch auf einmal her? Wenn ich dann, dann treff ich die Spinne noch nicht mal. Alter, das... Platt machen das Viech! Oh! Eklige Spinne! Dass die die Bosse auch immer so stark und so schnell machen müssen. Ja. Völlig gestört. Das ist zu viel, man. Das ist doch hier ein Luxus. Oh, du hast es angekündigt. Man braucht eigentlich nur ins Gesicht zu schießen, ne? Ja. Und ich schieße die ganze Zeit auf den Körper. Ich schaff's nicht alleine! Hast du noch ein Leben? Ich glaub nicht. Okay, aber jetzt müssen wir zumindest wieder hin kommen. Dann versuchen wir da jetzt gut hinzukommen. Ohne viel zu verlieren. Und dann machen wir einen Save vor dem Boss. Okay. Brute Force Deluxe! Direkt da unten hier? Unten... Ja. Let's go. Let's go. Vielleicht sind wir auf der rechten Seite. Nein! Feuer, Chucky! Er ist tot. Aber wo müssen wir denn hin? Wir können auch hier raus, oder? War das... Ist das was? Alles ist mir lieb, außer den Chucky. Ähm... Okay... Okay, jetzt sind wir nicht auf dem falschen Weg zu lösen. Oh doch! Ja, aber kann auch hier durch? Sehr wohl! Sehr gut! Adler Augorofi hat wieder zugeschraben. Und jetzt... Ja... Ja... Und dann kommen wir hier um die Decke. Spinnnetze... Ja... Genau... Und dann... Ja... Ja, stopp. Stopp. Spiderman. Ich glaub das ist tot. Mhm... Da war das wieder hier. Ich komme! Ich komme! Ich komme! Sorry! Ich muss schießen! Mach! Du es! Links, ne? Ja! Durchsterben. Let's go. Noch mal schießen! Wo denn? Ah, hier unten im Fenster! Jawoll! Und... Nochmal! Okay... Und nochmal! Und nochmal! Muss ich hier hochschießen? Ja, hier! Hier! Bitch, Chucky! Und dann brennt er auch noch! Ach komm! So, ich werde gleich mal... Ich hab Dings dabei! Vor allem schon! Oh! Der Boss-Fight in der nächsten Folge! Oh ja! Das wird spannend! Und besatzt er! Ja, komm mal hier! Probier, ne? Und... Let's go! Und den Timer machen wir auch aus! Und dann sehen wir uns wieder, wenn's High Soccer Zone legt sich mit einer völlig overpowerten... Dicken, fetten Spinner an! Die lila ist! Tschüss! Tschüss!